Hallo, mein Name ist Katrin, ich bin 22, komme aus Deutschland, aber zurzeit bin ich für drei Wochen hier in der Schule Sprachcafé Madrid Plus, um mein Spanisch zu verbessern, was ich zu Hause in der Universität lerne. Was mir an Sprachcafé besonders gefällt, ist die Internationalität, denn die Schüler kommen hier aus der ganzen Welt und so kann man wirklich viele verschiedene Kontakte knüpfen. Ich wohne mit ein paar Mitschülern zusammen in einem Apartment von Sprachcafé, das gefällt mir gut, denn so bin ich nie alleine und habe immer jemanden zum Reden und für Unternehmung. Sprachcafé organisiert außerdem Freizeitmöglichkeiten, an denen man teilnehmen kann, wie zum Beispiel Ausflüge oder Museums- und Restaurantbesuche und das gefällt mir besonders gut. Der Unterricht hier in Madrid Plus ist sehr aufwechslungsreich und lebendig und die Lehrer sind sehr, sehr freundlich, so verliert man schnell die Angst zu sprechen und verbessert sich innerhalb kürzester Zeit wirklich viel. Meine drei Wochen hier mit Sprachcafé waren wirklich ein unvergessliches Erlebnis und ich kann so eine Sprachreise nur jedem weiterempfehlen, der eine Sprache authentisch lernen möchte. das kürzester Teams macht. Und dann je nicht mehr Pfeuers geht und ich habe mal eine Sprache Governance Und wir können jetzt gerne einen SprachschutzChris und die Und wenn du vielleicht Versuchst dann in die Sprachführung habe, Sie haben alle Pfeuern noch nicht.